Dieser gebrauchte Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 11.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Xenon-Scheinwerfer, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 182 PS an das 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.